Guck mal hier hin, bevor du was fressen kannst. Ach, wie ist das schön. Ja, fress doch meine Topfpflanzen. Was haben die eigentlich... Warum fressen die meine Töpfe? Die sind voll zäh. Ja, ich hab's probiert. Nein, hab ich nicht. Ach. Bevor ihr mir gefährlich werdet. Ach, Kacke-Gesetz. Mach das bloß nicht kaputt, ich verklag dich auf. 100 Milliarden Pesos. Gut. Ähm, er hat's geschafft. Das ist schön, aber er dampft schon. Oh. Wie fies ist das? Doch. Na, zum Glück klauen die nicht meine Zombies. Meine Jompers. Okay, jetzt platzt doch endlich. Danke. Gut, du kommst in die Mitte. Geschützt. Kein Problem. Na, super. Hier hin, wegen Basketball. Wow. Jetzt... Jetzt bringen sie zum Platzen alle drei. Na gut, zwei ist auch nicht schlecht. Doch ist es. Jetzt hab ich einen übersehen. Toll, das wären 125 gewesen. La-di-da-di-da. Ah. Ich sitze hier gerade unangenehm. Ich kann nicht mal aufstehen. Umso besser. Hm. Noch ne Blume. Oh, ich brauch wieder Minispiele. Was ist das? Ich hab keine Plätze. Ich hab keine Plätze. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber... Warum? Ähm... Äh... Gargantua. Okay. Dich werde ich hassen wahrscheinlich. Das ist kein Problem. Doch ist es. Hier gibt's keine Bungee Zombies. Also fällt Teenie Tangle Bob auch weg. Gut. Gut. Dann können wir mal die Standardroutine nehmen. Das... Divide Zombies into another Lanes. Garlick. Das ist Knoblauch. Was bringt es mir, sie auf eine andere Linie zu schicken? Oder Garten? Ist mir egal. Okay. Kürbis. Ähm. Ich hab sogar noch einen Platz frei. Schwere Entscheidung, was? Ich brauch eigentlich gar nichts mehr. Öhö. Okay. Zack. Okay. Der Anfang ist ja sowas schon spannend. Aber wieso hab ich nicht, ähm... Level 5 von 8, ja. Ne, Level 5. Von der 8. Welt. Äh. Was? Äh, der 5. Level. Nein, der, die... Äh, 5. Welt. Ach, das Level. Gott, war das halt schwer. Boah, ich bin zu fett zum Reden. Hm. Hm. Gut. Gut. Und? Es hat geklingelt und meine Mutti geht an die Tür. Ja. Dahin. Was ist denn da unten los? Okay. Zack, 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 zack. Plopp. 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 Hm. Wie eintönig der Level ist. Was ist das, was hier kommt? Ein Kohlkopf hin. Warum nicht? Dann hab ich nämlich schon mal die erste Linie. Dum, 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 dum. Okay. Ich sollte mal aufpassen. Ja, ja, das sollte ich. Hm. War das schon so klug? Ich glaube, da hat seine Arm verloren. Oh, und sein Kopf, er ist unnüchtig. Gut. Mais. Pfeffer wieder mit Butter. Und schon wieder keine Butter. Und schon wieder keine Butter. Und noch keine Butter. Komm, du wirst jetzt ein Maiskorn in den Arsch. Fick dich. Komm her. Sonne. Hier kommt die Sonne. Okay. Na, so weit, so gut. Außer hier oben. Aber ich bekomme immer gut Sonne. Das ist ja schon mal wichtig. Aber wieder Toppflanzen hier unten hin. Für diverses Zeug. Okay. Ja. Ja. Warum könnt ihr mal nicht mit Nutella schießen? Dann sind die Zombies sofort tot. Gut. Ja, hier, wette. Sonne. Sonne. Hier kommt die Sonne. 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 Ähm, Gemüse-Katapult. Kopfpflanzen. Sonne. Sonne. Ich rede dummes Scheiß. Gespätz. Was soll's. Ach, ist das nicht die Welt. Ich sollte mich nicht hier so hinschälen. Na, aufstehen. Was kann ich denn jetzt? Ich kann gar nichts mehr gebrauchen. Das war's. Und der zweite rote Kul... Zweite rote Kul... Ich meine zweite Reihe. Kulkapse. Kann ich schaden? Ja. Sonne. Sonne. Okay. Wohlkauf. Dann kommt der erste Frankenstein. Auf den ich mich schon so freue. Ja. Jut. Oh. Da kommt er schon. Und, ähm, er hat einen Stromzaun in der Hand. Oder was sind das für Dinger? Ich werde doch gegen... Dagegenkommt das hier nicht an. Ich werde's einfach mal hinsetzen. Ganz ehrlich, der hat einen fetten Bauch. Oh. Oh. Nein. 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 Er hat das Teil geworfen. Er hat tatsächlich das Teil geworfen. Ich könnte umfallen, was ich auch tun werde. Gut. Irgendwas noch gejault. Was brauche ich denn noch? Eine Pflanze Topf. Ein Zombie. Ein gefressenes Chompi. Kannst du mal sterben? Kannst du bitte mal sterben? Okay, du stirbst nicht. Aber du kriegst Butter. Du hast keinen Arm mehr. Jetzt hast du keinen Kopf mehr. Ja, überleben. Gut. Ich habe die Sonne verpasst. Gibt es da eigentlich irgendwas, was automatisch Sonne einsammelt? Das setze ich dann hier in die Mitte. Okay, gesterbt ist er. Was baue ich denn jetzt? Das ist ein Hindernis. Das ist ein Gummi.